eine blondine will nach mallorca fliegen kurz nach dem start meldet sich der kapitän leider ist eines unserer vier triebwerke ausgefallen doch kein grund zur sorge mit den verbleibenden drei triebwerken können wir sicher weiter fliegen das unangenehme ist dass sich die flugzeit um zwei stunden erhöht eine halbe stunde später wieder der kapitän wir hatten einen weiteren triebwerksausfall aber kein grund zur panik dadurch wird sich die flugzeit um weitere zwei stunden erhöhen doch kurze zeit später wieder eine ansage unglücklicherweise ist nun auch das dritte triebwerk ausgefallen aber keine angst wir sind mit einem triebwerk immer noch voll steuerungsfähig leider erhöht sich die flugzeit um zwei weitere stunden plötzlich springt die blondine auf und schreit na toll wenn das letzte triebwerk jetzt auch noch ausfällt müssen wir ewig hier oben bleiben